In diesem Bild, in diesem Ciano-Garten, kann man so eintauchen in das Blau. Es ist eine sehr seltene Technik der Fotografie. Darum kommt ja auch das Ciano so schön zum Spiel. Das Bild setzt sich zusammen aus 40 einzelnen Feldern, die sich im Raum als Gesamtbild zusammenfügen zu so einem grossen Bild. Das Bild ist eine Fotografie, aber durch das Blau wird es in einen Moment geholt, die man erleben kann, wenn man davor steht. Das Blau versetzt einen in einen anderen Zustand von Realität, Träumen, Gegenwart. Trotzdem bleibt es eigentlich einfach eine Fotografie. Die Fotografie 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 Vielen Dank.